Es gibt ein Dokument von vor zehn Jahren, das hat der Wissenschaftliche Beirat der Deutschen Bundesregierung verabschiedet und auch veröffentlicht. Und da ist überwiegend von der großen Transformation die Rede. Und große Transformationen, also diese Visionen skizziert, die man natürlich für eine orwellische Vision ansehen kann oder auch sollte. Aber was da wirklich bedrückend ist, das sind sogenannte Entwicklungsfaden. Also es wird so eine Herrschaft der Weisen nicht nur sozusagen installiert, sondern es wird vorausgesetzt. Also keine menschliche Entwicklung, ohne dass irgendwelche Expertenräte, Klimabeiräte oder sowas Entwicklungspfade festlegen. Das Ganze beruht angeblich natürlich wieder auf den Theorien eines Österreichers, der namens Karl Polanyi. Also Österreich ist wie immer mit im Boot bei solchen Sachen. Und ausgerechnet der große liberale Ökonom Ludwig von Mises hat sich in seinem Buch Gemeinwirtschaft damit auseinandergesetzt. Und der wiederum hat gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das große Problem eigentlich ist, dass Institutionen wie Privateigentum durch Unklarheiten und Festlegungen und irgendwelche diffusen, widersprüchlichen Maßnahmen ausgehöhlt werden. Das ist ja das Problem an der Klimapolitik oder auch an der Klimawissenschaft, dass das in sich absolut widersprüchlich ist. Also man erreicht die selbst gesetzten Ziele nicht, sondern das Gegenteil, springt dann auf neue Ziele und so weiter. Und dann zusätzlich eben noch diese absolut gesetzten Entwicklungspfad. Also das kann man sich anschauen. Es ist grauenhaft. Leider lesen die Leute zu wenig die offiziellen Dokumente unserer eigenen Regierung. Man soll das einfach mal tun. Aber das Problem ist wirklich, dass einfach definierte Rechte, in Verfassung festgesetzte und uns zustehende Rechte ausgehöhlt werden. Und an dem Namen Mises können Sie auch sehen, wie lang es diese Debatte eigentlich unterschwellig schon gibt. Und das Einzige, was in dem Text von Mises nicht vorkommt, ist das Wort Klima, weil man das früher eben mit anderen Themen probiert hat. Und das ist natürlich stark beunruhigend, weil mich als ehemaligen DDR-Bürger natürlich immer besonders aufregt, dass wir überhaupt gar keine Lehren ziehen aus dem Zusammenbruch von je nach Zählweise 10 bis 20 Ländern im ehemaligen Ostblock, wo auch alles Mögliche ausprobiert worden ist. Und das Ergebnis ist bekannt bis hin zu der Hungersnot in Rumänien. Ich habe das 87 mit eigenen Augen gesehen, wie es da aussah. Das ist schrecklich. Das Ergebnis ist ganz schrecklich. Und auch die Leute, die sagen, dass sie sich nicht für Politik interessieren, weil das alles nur zu schlechtem Schlaf führt, die werden sich nur umschauen, was da alles auf uns zukommt. Und ich glaube, Corona war da ein erster Vorgeschmack. Jetzt hätte ja auch keiner geglaubt, was da gemacht worden ist. Allerdings. Ich denke mal, wirklich die Einschränkung der Freiheit kann sich der Normalbürger im Moment nicht in der Form vorstellen. Aber was gemacht wird, ist dieser psychologische Druck, der durch viele Medien aufgebaut wird, indem man fast jeden Tag über irgendwelche Wetterkatastrophen berichtet. Das wirkt ja dann nach dem Motto, was kommt da und was ist wieder eine Katastrophe. Und hier, da werden Nachrichten aufgebaut, ein Sommer der Wetterkatastrophen nimmt seinen Fortgang und so weiter mit diesem Titel. Und damit wird dem Bürger, glaube ich, so ein bisschen die Angst genommen vor der möglichen, wenn er sich das vorstellen könnte, Unfreiheit. Nach dem Motto, was ist jetzt für mich besser? Eine Unfreiheit, wenn nicht so viele Katastrophen passieren, was ja nicht eintritt, aber was sozusagen vorgegaukelt wird. Oder lasse ich es so wie jetzt und es ist eine Wetterkatastrophe nach der anderen, was ja auch nicht der Fall ist. Es gibt jedes Jahr Wetterkatastrophen auf dieser Erde. Aber heute mit der medialen Welt wird einem das natürlich minutengenau vorgespielt und aus jeder Ecke der Welt im Detail gezeigt, wie Flüsse über die Ufer treten, wie Dämme wegbrechen und so weiter. Aber ich denke mal, das ist eben auch eine Art der psychologischen Einflussnahme auf den Bürger schlechthin.